Dvihasta Pada Uttana Baddha Konasana ist die Schmetterlingshaltung mit Händen um die Füße in der Vorwärtsbeuge. Du gibst die Fußsohlen zusammen, gibst die Hände um die Füße, die Knie auf den Boden und beugst dich nach vorne. Diese Stellung ist eine gute Massage für die Bauchorgane, dehnt die Hüften, gehört zu den Hüftöffnern, eine gute Übung auch um die Wirbelsäule langzuziehen, eine Übung der Demut, des Vertrauens und der Hingabe.